нюin Was du Mannhier? So. Make it count, right? Mit dreieinhalb tausend Stunden. Ja, das ist schon richtig hier. So. 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 wechsel ich bin wieder da ich bin wieder da das war knapp ich bin wieder da 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 alter falter ja ich bin wieder da 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 die sa brauche ich eigentlich gar nicht mehr aber das ist die hat ihren soll erfüllt aber ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da man man ich bin wieder da ja ja Jemals brauchen werde in meinem Leben, aber ich bezweifle das sehr stark. So. Dann können wir das hier... Ach, jetzt quatsch ich mich doch nicht voll, Alter. Grip. Null Wasser, null Energy. Oh, shit, Alter. Das ist eine enge Sache, ja. Daddy ist eine enge Sache, Engels. So, dann. Dann schauen wir noch den Kollegen da drüben an und dann... So, was ist du? Oh, jawohl. Da sehe ich mich. Oh, eine Ash 12, Alter. So, was brauchen wir denn hier? Wo ist denn das Ding da? Hier, das brauche ich. Den brauchen wir auch. So, jetzt müssen wir uns mal Morphin geben, weil sonst kratzen wir gleich ab. Wo ist denn hier Morphin? Passt, was hat der noch für einen Stick dabei? Propital hat der dabei. Propital hält einmal frei gegen, äh, gegen das Verdursten. Hilft Propital super. Ex-Biallegiertes hilft das. So, dann nehmen wir den noch mit. Die Magazine. Aha, aha, aha. Morphin... Ich weiß, ich weiß, dass Morphin eine gibt. Äh, so. Oh, da ist noch... Ich denke, man muss doch mal zufrieden sein mit dem, was man hat, oder? Oh, da ist noch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Ca. 70 Kilo. Äh, das sind actually 79,5. What up, boys? Nochmal paar Raider triggern? Ja, man, die End. Du bist vollkommen recht. Let's go. Let's go. Ah, ja, Mann. Ah, ja, Mann. Mach nie die Tür auf. Lass keinen rein. Schlomo. Mit dem Tier 1 im sechsten. Halbes Jahr, Digga. Mega vielen Dank für sechs Monate, mein Guter. Danke dir für sechs Monate, Tier 1. Äh... Ah, ja, Mann. Please, Mr. Gorbatschow. Mr. Nikita, open the gate. Dankeschön. Mlaus-Bub mit dem Prime im vierten. Vier Monate in a row. Danke dir. Mule-Stim. Ja, ich bin. Er kaut, ich bin Level 5, Alter. Geus, geus. Geus, geus. Das war knapp. Niemals, Mann. Das war, äh... Gar kein Problem. Gar kein Problem. Headshot, headshot. Die denken sich so... Was mir jetzt gerade eben erst einfällt. Die denken sich so... Ja, genau. Von dem Level 6er. Mit einer SA. Head Eyes, Alter. Auf Laps. Klassiker. Das denken die sich jetzt bestimmt. 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 Bis zum nächsten Mal.